Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Blade. Sag mal! Hä, was denn? Hä? Schöner Einstellung. Irgendwann schlägt mich schon wieder. Ist bestimmt wieder Pan, ne? Tobi hat gesagt, die Map ist mösitastisch. Ja, ist sie auch. Mösitastisch. Das ist das Wort von Brian. Ich verklage in dieses Casino. Die lassen kleine Nutella Gläser hier rein. Was? Ich kann gar nicht über den Pokertisch gucken. Ich will Roulette spielen. Ich will Roulette spielen. Ich hab alles auf Braun gesetzt. Die Sonne lacht, Freunde. Braun, braun, braun. Oh, ihr seid so süß, ey. Black check, black check, black check, black check. Casino, 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 Casino. Ey, Tobi, was geht ab? Sonnenlacht. Schmeckt, Alter. Muss los, Bruder. Geh weg, Tobi. Hau ab. Tobi, lauf mir nicht hinterher. Oh, ich muss richtig fett Spratches machen. Lass mal scheißen, Tobi. Oh, jetzt geht's los. Ja, gerade du, weißt du? Gerade du musst reden. Hä? Ich bin's nicht, Tobi, ne? Mach zu, Tobi, Alter. Es geht nicht. Warte, 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 mach mal zu. Vielleicht komm ich von oben rein. Oh, jetzt. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Boah, geil, Tobi, jetzt ist es so weit. Hier ist ein Bild vom Curry. Hä? Stimmt. Oh, ey. Hey. Was machen die beiden da eigentlich? Hä? Tobi, das kitzelt ja auf. Tobi, das kitzelt ja auf. Tobi, das kitzelt ja auf. Hey, gehen Sie bitte raus. Hallo, die Kabine ist zu. Gehen Sie bitte weg. Das kitzelt. Oh, Tobi. Hä? Alter, was? Alter, willst du mich verarschen, Pan? Du Arschloch. Was? Du Arschloch. Ich wollt mal meine Gelegenheit. Boah, die dreckige. Alter, ich war kacken. Da geh ich da oben vor, Brüli. Wie die alle liegt. Auf dem Herrenklo, Alter, auf dem Herrenklo. Ich werde diesen Sandwiches niemals vergessen. Ich war gerade zu... Han hat noch gegen Schwule. Ja, aber echt. Wie sollst du dich an wie das kleine Anime-Mädchen, das voll gusige? Tobi war schon richtig hart. Das war die Stimme. Was? Ich brauch immer 15 Minuten, bis das Ding hochgeht. Was? Ja, das ist nur so ein K, der muss erst mal ausfahren. Tobi, was? Muss erst mal so ein Feuerwehrauto rufen, um ihn rein auszufahren. Nee, ist nicht mein Penis. Nee, nee. Man nannte ihn auch schwer transportieren. Oh ja, und da ist er wieder so weit, Tobis Penis. Alles klar. Ja, natürlich. Hä? Das gehört doch in die Folge rein. Der ist doch dauerhaft immer. Das muss doch sein. Tobi ist doch voll Penis-gesteuert. Oh, wie schön. Deswegen läuft der auch immer zu mir. Natürlich. Hä? Wie soll er eine Tenne vom RC-Auto? Weißt du? Was? Nicht schießen, ich komme nicht raus. Curry, bitte nicht schießen. Ich erschieße dich jetzt. Du bist sowas von tot. Ah! Curry hat Erik getötet. Alles klar. Wie bist du denn da reingekommen? Das weiß ich auch nicht. Ich bin drüber gesprungen. Ja. Ja. Und jetzt? Jetzt komme ich aber nicht wieder zurück. Stimmt. Hä? Hä? Ich... Ist das nicht, dass er croucht am normalerweise? Nee. Hä? Ähm. Hallo? Wir brauchen was zu essen. Kannst du was geben? Hilfe! Hilfe! Wo seid ihr denn? Pan? Pan? Okay. Wir sagen Tobi nicht, wo wir sind. Nein, nein. Wir sagen Tobi nicht, wo wir sind. Ja, alles klar. Halt dein Maul, Tobi. Nur weil Pan einfach nichts mehr sagt, bin ich sofort der Traitor? Alles klar. Ja, stimmt. Das ist ja voll normal. Das macht Pan ja immer. Alles klar. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir müssen für immer hier... Ähm. Wir müssen nach Ruhe bekommen. Ich hab ein Jetpack. Nein, hast du nicht. Nee, hab ich auch nicht. Okay. Mach einfach Steuerung und dann batz. Ja, hab ich doch gemacht. Aber mach doch bei mir nicht. Ah, jetzt bin ich die Tür. Ja, Alter. Voll, Erik. Geil. Okay, Erik, wir bleiben zusammen. Wir können es ja nicht gewesen sein. Stimmt. Oh, da stimmst du mir nicht zu. Könntest du auch gerne aufteilen. Mir ist egal. Nee, lass mal zusammenbleiben. Die Frage ist nur, wo gehen wir hin? Ja, wir müssen erstmal eine Leiche suchen jetzt. Das ist das Ding. Gut. Huch, haben wir diese Maus. Tobi, ist es doch. Komm. Nee, wir müssen erstmal eine Leiche finden. Ja, jetzt auf einmal oder was? Erik, wo bist du? Okay. Meine Mausfotzen. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hey, tschüss. Aber ganz ehrlich, wir können es ja eh nicht gewesen sein. Da muss es ja Tobi gewesen sein. Wir können es nicht gewesen sein. Wir können es nicht gewesen sein. Ja, ihr müsst erst mal eine Leiche finden, bevor ihr mich hier verdächtet. Ja, geh weg, geh weg. Geh weg. Du kommst grad vom Klo. Alles klar. Oh, Tobi, 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 Tobi. Nein, Tobi. Was machst du da? Hä, was, was? Hä, hä? Nur mal locker. Was war das gerade in deiner Hand? Nichts. Ich hatte Holstadt. Das war sein Kahn. Hier. Ich hab doch gerade die ganze Zeit Wuff gehört. Irgendwo ist hier die Pan, Alter. Irgendwo ist hier die Pan. Holstadt war ich, Erik. Holstadt war ich, Erik. Holstadt. Erik, ich werde die Pan finden. Gut. Ich vertraue auf dir. Ich war so Holstadt wie du nicht. Ich werde die Pan finden. Mach's gut, Erik. Hä, du gehst da rein? Ernsthaft? Hä, wo gehst du denn hin? Da ist ein Sackgast. Geh weg, geh weg. Tobi, geh weg. Geh weg. Geh weg. Hey, 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 hey. Hä? Hä? Alter, ich dachte gerade, weil du auf Holstadt bist, du wolltest auf mich schießen. Tut mir leid, Tobi, ich weiß, ich hatte keine Beweise. Hä? Aber es war komplett ja. Ja, aber es war komplett random. Es war komplett random. Es tut mir leid. Hä? Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Du hast die Waffe weggepackt und dann hab ich Panik bekommen. Es tut mir leid, Tobi, bitte. Ich hab die Waffe rausgeholt. Hä? Weil ich dich eigentlich erschießt. Bei mir läuft das Gameplay rückwärts. Mann, wieso hab ich Erik mit dieser scheiß Hidden Plate nicht getroffen? Ich hab doch gesagt, du hast auf mich geschossen. Mit irgendwelchen komischen Geräuschen. Hast du was gehört, Erik? Ja, dieses Wuff, Wuff hab ich gehört. Er hat mich aber nicht getroffen. Ne, das waren nur Tobis Hunde im Hintergrund. Das ist voll scheiße mit dieser Blade. Die ist gar nicht so hidden. Die hab ich auch noch nie ausprobiert. Ich ruf den von Maulerschutz an, das reicht mir. Tobi ist wieder direkt, da wollen wir wetten. Hey, 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 Erik. Erik ist es. Der läuft links rechts, links rechts mit dem Fuß. Er, Erik ist es. Mit dem Fuß vor allem. Mit einem Auer nur. So wie läuft's mit der her, Tobi? Wie läuft's mit der her? Wie läuft's mit der her? Hey, hey, du bist doch unheimlich. Tobi 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 Tobi. Gib ein Autogramm. Gib ein Autogramm. Gib eine Autogramm. Tobi schießt auf mich. Tobi schießt auf mich. Beste Schauspieler. Cool. und jetzt sind wir alle ruhig oder was warum ist der tobe jetzt ruhig was denn ich wollte eigentlich war er ich mich getötet haben um die wohnung raus schießt man bitte damit du mal den gefallen ja jetzt sehr danke ich wollte wissen ich hatte zwei davon können dass sich nicht verarschen von dem mehr das bin ich gewesen du bist halt einfach scheiße kann ich auch nur zurückgeben arschlo schön dass wir uns verstehen na 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 saufen oder was ich hab noch einen salat im kühlschrank curry ich habe einen salat im kühlschrank das ist eine große schreibe hä was ist denn mit dem mit den dinger ah wer ist da hinten tobinator schon wieder es ist immer tobi es ist immer tobi ja ich muss ihn beobachten wenn du den jachst tobi lass uns ein, nein tobi geh weg ok curry ich möchte eine plausible erklärung wie du da hoch gekommen bist du kannst das hier über das geländer machen ganz easy am arsch als ob du so weit springen kannst mach es doch Pan komm spring mal darüber ja das klappt nicht ich zeig's euch pass auf ich geh da noch mal hin ich geh da noch mal hin ich geh da noch mal hin ich zeig's euch Curry hatte gerade kein health verloren ja pass doch mal auf health Pan hatte rutschige schuhe an ich zeig's euch keine health verloren ja guck mal guck mal jetzt wird es blöd wenn ich es in dem schuh nicht schaffen würde dann bist du tot ich töte dich wenn du es nicht schaffst nein kein druck mhm hast du mal Glück gehabt er ist gerade ein jetpack gehabt schweinger boah was was war das tobi was war das denn was war das denn was war das denn ich erhob irgendwann ein Traitor von euch alle wie krassier geflogen ist ey hör auf harte auf hä du bist es nicht hä warte mal ich bin es auch nicht Hase bist du Traitor aber wer ist es dann nein wer ist es dann bist Traitor Hase bist Traitor ich bin nicht Traitor ich bin nicht Traitor Alter wollt ihr mich verarschen Alter wollt ihr mich komplett verarschen die Gute da hochgesprungen bist Curry geil ihr wart alle drei im selben Raum wie könnt ihr das nicht checken Mann was ist mit euch ich war schon wieder weg ich wusste leider nicht wer es war ich hätte Pan ich hätte gesagt es ist Pan gewesen aber sie war es nicht hu 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 also Pan Tobi hat sich wieder komplett drauf konzentriert wie ich gestorben bin einfach im Lachflash getötet wie immer wie immer Alter du hättest es aufrechen können man es sah auch echt gut aus vor allem Erik hat einfach einen Scheiß drauf gegeben dass ihr alle ins Helm drauf seid ja ja er hat es einfach gemacht ich wollte einfach mal mutig sein weil ich sonst immer so feige bin als Traitor oh seit immer wieder feige ist geiler das gibts nicht alter ich setz mich jetzt nochmal da drauf Pan töte mich bitte hä nein ich töte dich doch ich setz mich jetzt wieder da drauf hä wo sollst du dich töten hä jetzt hä nein ich bin innocent hä alles klar ciao hä was Ich bin hässlich, ich bin hässlich. Ich verstehe. Tobi, wir wissen genau Bescheid, was du getan hast. Ja Tobi, ich hab's genau gesehen. Wie er oben aus deiner scheiß Lampe sitzt. Wie Gilbert, Alter. Gilbert? Wer ist denn Gilbert? Keine Ahnung. Was? Voll random. Nein, das schaffst du nicht, Tobi, wenn ich hier sitze. Siehst du? Ah, schön. Geh weg. Wenn ich gleich tot bin, dann war es Tobi. Oh, es war doch Pan. Der Curry ist wieder auf seine Lampe, aber das wüsste ich ja schon. Achtung, ich komm jetzt auch auf die Lampe. Das schaffst du nicht, Pan. Ja. Du bist ja nicht mal gesprungen. Tobi, schieß mit der Pistole. Schieß mit der Pistole. Das ist doch immer die Diegel, was willst du von mir? Ja, ich seh das von hier aus nicht genau, schieß damit jetzt. Das ist keine Diegel hier. Ja, schieß damit, ich will's trotzdem sehen. Schieß damit. Schieß damit. Leute, ich erschieß den Tobi gleich. Ja, danke. Hast du Eierflatter bekommen? Hey, Pan, was geht ab? Direkt Paranoia, ne? Ja, Mann, der springt nicht mehr. Warum springt der nicht? Der Curry spielt den Controller. Hä? Was? Du springst wahrscheinlich zu spät. Nein, wenn ich früher auch springen dann... Ich tritt das gar nicht. Scheiß egal. Was denn, Tobi? Ich bring dich jetzt um. Hä? Ja. Nein, lass es. Erik, geh weg. Nein, wir sind schon wieder in derselben Konstellation. Hey Curry. Ja, nein. Hä? Was war das denn? Ach, Pan wieder, alles klar gut. Das war voll peinlich jetzt, ey. Toll, dankeschön. Oh, oh, Tobi, oh, Tobi, ich hab's genau gesehen. Ja, Tobi, ja. Erik, ich hab's genau. Ja, Erik, ich weiß Bescheid. Ja, ja, geil. Pan, ich hab's auch gesehen. Ja, geil. Wer ist wo, wer ist wo? Ich bin da hinten. Da drüben bin ich auch. Alles klar, Tobi, Tobi, Tobi. Oben auf dem Dach. Tobi, Tobi, Pan. Pan, 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 Pan. Tobi, Tobi, Tobi. Wo ist Erik? Wenn du gleich die Schuhe aussiehst. Hä? Wenn du gleich die Schuhe aussiehst, Tobi, dann weiß ich Bescheid. Ich glaub, Erik ist weg. Oh, oh, Vorsicht, 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 Tobi, 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 Tobi. Mhm, mhm, mhm. Curry ist es. Hä? Sonder Pro Curry. Ich töte Curry jetzt. Okay, danke. Danke für den Support. Geh weg. Hey Curry, danke für dein Abo gestern, Mann, ey. Bleib nicht hier, ich bleib nicht hier. Egal Curry. Hey Curry, wo bist du hin? Ey, geh weg. Curry, bleib mal stehen. Nee, ich muss kacken. Ich kann jetzt nicht. Oh, da komm ich wieder mit. Nein. Bitte was? Oh nein. Mein Klo. Nein, bitte, bitte tu es nicht, Tobi. Bitte, bitte tu es nicht, Tobi. Ich muss doch scheiße. Warte. Äh, ne, ne, ne. Ihr reingekrange. Natürlich. Wir sollen es doch anders dann reden. Okay. Ja, wo sind die beiden? Auf dem Herrenklo. Wir sind kackeregorengo. Shita? For a good time. Schon wieder. paintball war nicht rein paintball und ja wir kommen dass ich müsste ich jetzt eigentlich schießen sehe ich jetzt nicht weißt du wir waren hier kam haben wir komplett geschießen fahren und du kommst hier einfach rein alter das stinkt hier auch das ist halt auch ein männerkrieg da hast du halt auch eigentlich nichts zu suchen ja ist halt auch so alter ich weiß nicht wenn ihr wüsstet du hast schließlich deine tüche ahn schon wieder hinter mir her es war schon damals so war es ist halt so was von leiter ich bin jetzt rezeption wenn du weiter hinaus bringt sich um herzlich kommen im casino dann gehe ich natürlich nicht hinterher damit dass sie wieder da sind und sie an tisch mieten was was seid ihr noch im klo tobi tobi alles klar alles klar sagt überhaupt noch jemand was ja ja ich bist du traiter nein nein und wirklich ich bin kein traiter aber das ist richtig und die beiden hingen grad zusammen das heißt einer von den beiden ich weiß wo waren die zusammen die waren erst auf dem herrenklo und dann haben sich gegenseitig ihre wurs gezeigt und ja dinge wettdrücken ja ich bin noch da ich habe nichts gehört ich war vielleicht ganz woanders ich war was passiert ich finde auch keine leiche was ist mir hier zu heikel gerade so fängst du schon wieder an mich zu verdächtigen ne hä ja du warst das ja gerade auch aber wir waren gerade eben noch fast zusammen ja ja stimmt eigentlich schon scheiße es sei denn da kam gerade wirklich einer von den beiden oder alle beide zusammen um die ecke aber die müssen aber ich sehe die beide halt auch es sei denn was denn draußen oh mann diese maus ey ach ich dachte gerade da steht einer mit einer waffe ich weiß nicht wo es hier raus geht hä äh naja eine minute noch ne ich sag's nur ich weiß es gar nicht wer soll es denn sein eine minute noch es sei denn du bist es ne ne ich bin es nicht eine minute noch ah ah ja wie ist das denn jetzt ey du sie wie hier wie hier ganz blöd gelaufen ach du willst du nicht verbergen du willst du nicht verbergen hast du hey Pan oh nein auf auf ho Ja, Currie? Schade. Mann, warum bist du nicht reingekommen in den Raum, ey? Ding, 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 dong, dong. Boah, Currie, du Arsch. Als Tonne, ernsthaft? Und ich hab das nicht gecheckt, dass eine Tonne im Zimmer steht? Ach, das könnt ihr auch machen, oh Mann. Ich hab das auch voll vergessen einfach. Die Pan gerade um die Ecke geguckt hat, in den Flur rein, guckt auf Eriks Leiche, guckt auf die Tonne und läuft weg. Ist alles normal. Es gibt Tonnen im Casino, hallo? Ja, ne, die Tonne hab ich tatsächlich gar nicht wahrgenommen. Ich hink übrigens in der Eingangshalle, also die hätte da vielleicht nochmal hingehen müssen. Ja, Tobi war bei der Rezeption einfach. Ich hab völlig vercheckt, was es überhaupt alles gibt. Hey, hey, Pan. Hey, hey, hey. Kein Problem. Der Glühel ist danach. Alles klar, Pan. Ist doch kein Problem, Leute. Ich hab's noch nie gekriegt in meinem Leben hier. Bin hier nur Sinn. Keine Waffe, Hilfe. Pan hat eine Waffe, ich hab keine. Hilfe, Hilfe. Ah, Hilfe. Ah, Hilfe. Oh, 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 oh. Ich hab Beschüsse, ich hab Beschüsse. Oh, Tobi ist tot, Tobi ist tot. Oh, nein, nein, nein. Jetzt wirklich jemand tot. Oh, oh, was ist? Wer denn? Oh, oh. Tobi? Na, 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 der Gronkh. Tag, Pan. Na, 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 der Gronkh. Nein. Hi, Pan. Du bist Spitze und ich mag deinen Scheitel. Du bist... Was? Dein Charakter hat einen tollen Scheitel. Du bist so töfte. Du bist ein Spitzen-Babe, Tobi. Du bist eine Kesse-Biene. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Pan läuft mir die ganze Zeit hinterher, ich wollt's nur sagen. Ja, das ist auch normal. Das ist irgendwie automatisch, ne? Ich muss mal die Sicherheitskameras hier ausschauen. So. Das ist ja wie im richtigen Leben, ey. Das ist manchmal wie so ein Magnet, ich geh einfach immer mit, so, hä? Ja, völlig verständlich, Pan. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Völlig verständlich. So, hat er mich gekriegt? Tobi, lebst du noch? Ja, ja, ja. Der hat einfach so ein Magnet in meinem Klapp reingefangen. Mir geht's bis hierhin ziemlich gut. Drogen. Hey, Tobi. Hey, Tobi. Tobi. Tobi, Tobi. Jetzt reicht's. Nein, bitte nicht schießen, bitte nicht schießen, wegschießen. Tobi, bitte nicht schießen. Tobi, bitte nicht schießen. Tobi, bitte nicht schießen. Tobi, bitte nicht schießen. Oh mein Gott, ich hab's gehört. Oh, hier liegt Erik. Hä, ernsthaft jetzt? Ach, macht er eh nicht. Hat er eh nicht gemacht. Ich hab nur irgendwo die Schüsse gehört, jetzt sind beide ruhig, alles klar. Was? Hallo? Was? Moment. Was machst du denn, Tobi? Hä, ich bin noch ausm Klo gekommen. Ja, ich hab mich voll erschrocken. Aber warum bist du auch, äh, Erik war im Traitor-Venü, safe call. Oh, bitte Tobi, bitte sei doch mal nicht so frech. Alles klar, dann nicht. Hast du gemacht? Wenn's ehrlich am Ende war, amana. Kuss auf die Eichler, Bibi. Tobi, hast du auch gemacht? Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Feldhermini? Ja, ich war auch. Ja, haben wir doch alle gemacht. Wir haben uns doch gemeinsam einen Katalog geholt, oder nicht? Ja. Tobi, hast du gemacht? Ja. Hä? 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 Was ist das? Alles klar. Oh nein. Nein! Was war das? Was war das? Alter, Curry, du Sack. Du Sack, Curry, Alter. Ich hab doch viel mehr Zeit, Alter. Warte mal. Das war richtig gut. Dreck Sack. Dreckiger. Dreckiger Sack. Hast du Tobi erschossen, Fran? Ja, hat sie. Warte mal. Jaja, aber wer war Traitor? Curry war Traitor. Hast du irgendwas auf mich gemacht? Mein Charakter hat allein angefangen zu schießen, die ganze Zeit. Nee, nee. Hä, kennst du Tobi? Das gibt's doch als Traitor-Waffe. Ja, mein ich ja. Mein Charakter hat einfach angefangen zu schießen. Ich habe nichts getan. Mhm. Vielleicht bist du einfach aggressiv, Alter. Nee, aber haben wir sowas bei uns? Ich glaub, Pan ist einfach aggressiv. Ja, haben wir. Ja, dieser Gehirnparasin, der war doch ganz toll. Ach, cool. Ach, Mann ey. Das wär lustiger gewesen. Ich wusste nicht, dass der Tobi gestorben ist, ey. Da hättest du natürlich sofort so hingedreht, ne? Nee, aber das wär ja lustig. Dann hätten wir uns ja erst mal gefragt, was passiert ist. Dann hätten wir uns erst mal gefragt, warum Pan denn auf Tobi geschossen hat. Wobei es cooler wäre, wenn dieses Traitor-Ding da aufhören würde, sobald man einen gekillt hat. Aber sonst ist es ja irgendwie sinnlos. Ja, jemand stirbt Pan dann einfach. Achso. Also, du wärst jetzt auch sowieso gestorben. Ach, scheiß, Alter. Achso, das meinst du? Du meinst, wenn man random schießt und jemanden erschießt, dass er dann einfach aufhört? Ja, genau. Ah, okay, okay. Weil wenn du weiter schießt, ist ja irgendwie sinnlos. Ja, ja, dann sieht man ja das so. Ja, das stimmt. Aber das ist ja ein Gehirnparasie. Was willst du da machen, ne? Gehörn? Gehörnparasie. Tobi, wie geht's dir eigentlich so? Mir korrigiert es... Wie war grad der Trader-Shop auf der roten Treppe, Tobi? Wie war das so? Ich war nicht im Trader-Shop. Ich hab mich am Ohr gekratzt, was du auch in meiner Facecam schießt. Ach, du hast dich am Ohr gekratzt. Achso, ich komm gerne noch am Lini. Ich wusste gar nicht, dass du einen Trader-Shop im Ohr hast. Ja, der ist, ne? Barbara, non, naj. Iiii, Gel leftover! Tobi, schieß man damit. Schieß man Tobi, komm! Schieß mal! Ist das? Ist das? Ist das der Kierceri? Ohr-Kagel. Dann ist er. Hinter dir ist Tobi. Ich wollt's nochmal sagen, Pan, ne? Nr. roundedomy-Dengals! Hey Pan, hey Pan. Hey! Der Curry, Tobi! Das war nichts, ich hab nix gemacht. Tobi! Was passiert da gerade, Alter? Tobi ist es? Ist er nicht. Warum denn? Ja, aber der hat einen promoting gehabt. Warum denn? Ja, dann sag blockchain, doch. Achso, Entschuldigung, ich bin ja ne... Achso. Arschloch Tobi, komm her, Arschloch Tobi. Aber das ist ein normaler Bumerang oder ein Traitor-Bumerang? Das ist die Frage. Hä? Traitor- Vielleicht mag Tobi aber nur gerne Bumerang. Aber was willst du denn, ey? Hä, wenn Tobi einfach gerne Bumerangs mag? Nee, Tobi ist es. Leute einfach zu verurteilen, nur weil die vielleicht noch Spielzeug mögen. Tobi ist es. Der ist bei mir hier unten beim Klavier. Nee, da ist es auch. Klavier, aber Bumerang ist okay. Ja, der ist es, der ist es. Tobi muss sterben. Nein! Oh nein, Pan ist gerade gestorben, Erik. Ja, ich glaube auch. Pan ist gerade gestorben. Und ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin es nicht, aber ich sage es nochmal so. Soll dir eigentlich auch klar sein, weil Pan ungefähr 5000 Mal gesagt hat, dass Tobi auf sie schießt und ein Bumerang in der Hand hat. Gut. Also ich habe jetzt auch nicht Tobis Haut übergezogen oder so, falls du das denkst, ne? Das war ich nur, wenn die Aufnahme aus ist. Vielleicht hat Tobi deine Haut übergezogen. Das kann natürlich auch passieren. Ich spreche gerade, weil ich ein Parasit bin. Hallo, ich bin Curry. Hey, Tobi. Hey, Tobi. Ja, geil, Alter. Nice. Nice. Oh, Alter. Ich habe gesehen, dass irgendwer irgendwas in der Hand hat und sofort geschossen. Ja, richtig so. Hätte ich sofort gemacht. Im richtigen Leben. Irgendwer hat irgendwas in der Hand. Ich hätte auch geschossen. Kein Spaß. Kein Spaß. War richtig so, Erik. Hast du gar nicht. Das war richtig geil. Ab und zu gerne mal wieder bringen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir mal irgendwas, was gar keiner sehen will. Ja. Ja, machen wir LOL. League of Legends. Ja, das wäre natürlich cool. Legur. Legur of... Das können wir ja auch, das können wir neben TTT sehr gut. Legur of Ligons. So. Dann machen wir einfach wieder so ein bisschen Tutorial für die Leute, die es halt kennenlernen wollen. Legur of Lurchis, ey. Ja, das wäre auch geil. Das wäre richtig nice. Ja, auf jeden Fall. Survival. Finde ich gut. Ja, nice. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Geil, Alter. Für Sikowski, ne? Für euch. Schön. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, was kommt. Wir wissen es noch nicht genau, aber... Vorproduktion beginnt grad. Wir sind grad mittendrin für Weihnachten und alles sind wir dran da. Genau. Heute wurde ein weihnachtliches DVD-Update angekündigt. Ich bin gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Santa Claus wird Killer sein. Ist geliebt. Santa Claus is coming to drown. Oh, keine Strand. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass sich alle Kinder lieben und ich hoff du lief auch nicht, Tobi, Mann. Boah, wisst ihr noch am Strand, als er diesen wunderschönen Skin hatte? Ja. Ne, das... Den hatten wir doch alle. Den hatten wir doch alle. Ja, ja, stimmt. Und der war so unsagbar. Dann standst du da und dann hast du gesagt, warte, bitte nicht schießen, ich wechsle Skin. Ja, natürlich. Das war hier. Das war hier. Das war hier auf dieser Mapier, wo du das geboren, Leute. Ich bin Bademeister, ich passe dir auf, dass nichts passiert, ja? Hier wurde dieser Moment geboren. Wisst ihr das noch damals, Leute? Aha. Wir hatten einen Tisch. Ja, was soll man jetzt hier... Will den nicht schießen? Ich bin Bademeister. Warte, ich will nur gucken, wer Traitor ist. Erik ist E-Traitor. Erik ist E-Traitor. Ich will nur gucken, wer Traitor ist. Ich schieße jetzt sowas von E-Traitor. Ich bin Preparring. Ich bin Preparring. Preparring. Ich bin nicht Traitor. E-Traitor. Ich setze ein 20er auf Curry, dass er Twitter ist. Pan. Übrigens nochmal danke an Pan, die sich hier um den Server gekümmert hat. Und die Traitor, ne? War echt geil. War richtig geil. Tobi ist es. 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 Erik ist es sowas von. Komm, Tobi. Ich bin Bademeister. Du darfst mich nicht töten. Ich bin Bademeister. Alter, Tobi. Bist du scheiße, Tobi? Tobi bist du scheiße, du Arschloch? Nein, Pan ey, was ist das? Tobi Arschloch scheiße. Eisenbahn am Strand, Alter. Ist ja voll naturell. Geil, ne? Grün an die Macht. Die Pan ist ganz schön oft Traitor, ne? Ja, Kratz, ne? Da hat sich, glaube ich, was eingestellt, ey. Heftig. Alles klar. Das war... Oh, nice. Oh, nice. Das war schön, ne? Ja. Alles klar. InnoCenter gewonnen. Nice. Tschüss, bis zu den Folge. Ja, geil, wir sind halt geil. Und an all die Profitrator da draußen, wir wissen, dass ihr besser seid, Leute. Ihr braucht das nicht rein. Ja, natürlich. Ihr braucht das nicht schreiben. Ja, ja, ja. Vor allen Dingen Fritz aus der Bermottengasse, der schon in der siebten Klasse ist. Ja, natürlich. Und der kleine Jens aus der Acht. Ja, das sind halt Spitzenspieler. Aber wisst ihr, was Fritz und Jens nicht haben? Was denn? So tolle Freunde, mit denen man TTT spielen kann. Boah, geil, Tobi. Alles klar, ciao. Jetzt bin ich raus. Jetzt wird's geil, Alter. Tobi. So was Nettes hat der Tobi noch nie gesagt. Tschüss. So was Nettes hat der Tobi halt echt noch nie gesagt. Tschüss. Tschüss. Ich frag mich, was er so meint. Tschüss. Wir sollten diesen Moment festhalten. Tschüss. Tschüss. Tobi, halten wir diesen Moment fest, Tobi? Können wir machen, ja. Ja, oder? Cool. Was? LOL. Was? Es war gelogen, Erik. Es war gelogen. Er wird Trailer von Anfang an. Du hast auch gelogen, Pan. Du hast auch gelogen. Erik hat auch gelogen. Aber ich hab auch nicht gesagt. Lass mich in Ruhe. Ne, ich erschieß dich nicht. Alles cool. Okay. Ja. Freizeitpark, 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 Freizeitpark. Geil. Freizeitpark, 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 Freizeitpark. War ich Kompulat oder nicht? Freizeitpark. Boah, krass. Ja, tschüss, ne? Geil, also, bis zum nächsten Morgen. Tschüss.